Viele Traditionen finden heuer nicht statt. Trotz allem wollen viele Betriebe nicht auf die Tradition der Firmenweihnachtsfeier verzichten. Ein Grazer Unternehmen hilft ihnen dabei, online zu feiern. Weihnachtsfeier, das bedeutet Essen, Plaudern, Tanzen, Trinken. Das gibt's heuer nicht. Trotzdem wird's gefeiert über dem Bildschirm. Das Grazer Startup Team Mazing organisiert Weihnachtsfeiern für Firmen und zwar über Videocall. Wir alle würden lieber in echt real beisammensitzen, aber das ist aktuell leider nicht möglich. Und so machen wir mit viel Spaß, mit viel Interaktion das Beste draus. Aber ist das nicht komisch, ohne natürlich auch ein bisschen flirten, feiern und ja klar, auch was trinken? Ja, ganz klar. Es ist für viele seltsam. Vor allem für jene Personen, die noch eher weniger Erfahrung mit Online-Meetings haben, kann das zu Beginn wirklich auch eine schwierige Hürde sein. Also statt Glühwein, Mistelzweig und Ansprache vom Chef gibt's heuer Rentierrennen, Lebkuchenhaus bauen und Teambuilding zu Hause.